Oh, es gibt aber was von Reaktions-Hugo. Wie viele Kanäle hat Hugo eigentlich? Doch, da können wir eigentlich reingehen. Lass uns mal bei Reaktions-Hugo reingehen. Kein Plan, was es für ein Kanal ist. Rein da. Selina. Hast du Lust, eine Margarita zu fetzen? Ach du Scheiße. Bisschen Pizza essen. Mit Cola. Alter. Okay, ich glaube, ich gehe doch nach Hause. Wallah, Krise. Oh, sad. Moin, moin und rein da. Das ist gut, Red Bull. Ich fand, du hast irgendwie deutlich mehr geredet als Simon. Ja, das kann. Oh, oh. Das kann ja mal passieren, ich weiß jetzt nicht. Ich habe da jetzt nicht die Stoppuhr nachgestellt. Weiß ich nicht. Er hat sich bemerkt. Perfekt. Kann sein, dass du damit was zu tun hast. Ja, das ist ja vielleicht. Danke für die Manifest. G-Wagen, G-Wagen, G-Wagen. G-Wagen, 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 G-Wagen. Perfekt. G-Wagen, 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 G-Wagen. Alter. Ja, ja. Nicht der Lerns, Alter. Oh, ey, warte. Ey, Mann. Warte, eine Sekunde. Ey. Och, man. Mein Konto. Ich würde gerne wissen, was da standen für den Betrag. Ich fühle diesen Pain so sehr. Ich fühle es so sehr. Ja, ja, ähm. Mika. Grüße gehen raus an dich. Ich fühle es. Ja. Grüße, Mika. Bleib stark, mein Bester. G-Wagen, G-Wagen. Oh, das war ein trauriger Clip. Mit Miki. General Miki Dicker. Ich muss sehen uns gleich von der Wand schon sehen. So, direkt bei den Seitenfilter überholen. Der fette Wagen, der fette Wagen. Ja. Ja. Das war seine Täter-Töten. Was haben sie angerichtet? Ist Miki gerade von... Ah, nee. Ich dachte kurz, Miki wäre gerade innerhalb von 5 Minuten auf 20.000 Subs von 15.000 gesprungen. Wie heißt denn? An die Wand. Hallo. Jürgen, seht zu! Jürgen, es gibt eine Person über hier! Tiga. Jürgen, es gibt eine Personalauswahl. Mein Gott! Personalauswahl! Hi Justin, ich hoffe, du liest meine Mail und packst meine Roomtube in dein nächstes Video rein. Das kleinste Moment mit mir. Warum liegst du? Komm, sag doch. Was kommt jetzt? Als du vorgestern Abend im Halbschlapp Traumfrau gesagt hast. Ey! Oh, Eie! Oh, Eie! Ah, Sascha! Mann, Moral! Chat kurzhaft, ja, Mann! Schlimmer kann der Abend nicht werden. Anderen Leuten das Handy klauen und dann eine Story posten von sich selbst. Ekelhaft, ekelhafter Wuch. Schäm dich! Schäm dich! Ah, ja. Sascha und Honeypoo. Ich bin sehr gespannt. Einmal hier tanke. Ja, was ist das für ein Klingelton? Moment. Hast du ihn ausgewählt? Ja. Jo, Mann! Jo, Big Soße, was geht? Wo bist du denn? Jungs, könnt ihr mal kurz vorladen. Danke. Wo bist du denn? Ähm... Mann, wo bin ich? Klaas! Ihr auf keiner... Wie ist das eigentlich, Chat? Dann sehe ich immer in so Compilations. Habt ihr noch nie vorher gesehen. Wer ist das? Ahnung, Mann! Geht das Maul halten, Rick, wenn ich das sag? Meine Fresse! Wie soll's Maul halten, Mann? Halt du dein Maul, verdammt! Nein, nicht du, Big Soße, sondern Rick soll's Maul halten! Jo, halt deine Schnauze, verdammt! Warum redest du so frech mit mir, Mann? Der war kurz unter Wasser, oder? Oh Gott! Ja, du musst den Fallschirm auch aufmachen, Trimax. Schade. Das hat sich mein Fallschirm nicht aufgemacht. Sad. Ein entspanntes Gespräch zwischen dem Rentner und dem Loch hier. Das ist nicht dieses irgendwie in Battle Royale rein und sich mit Leuten anfreunden und dann irgendwie Erster werden auf Krampf? Oder ich werde zwei Wochen Battle Royale ziehen und ich werde dich so hopsen nehmen, Digga. Ja, du weißt schon, Maustastatur, ne? Ja, ja, ich spiel doch jetzt mit Maustastatur die ganze Zeit GTA RP. Okay. Digga, diese Story ist nah. Digga, kommt ja wieder mit GTA RP zwei Wochen. Du bist halt small. Also ich werde dich mit GTA RP vergleichen, Alter. Bau mit den 10 gegebeneten Substicker. Holy shit, Mann! Oh mein Gott! Vielleicht sollte man das vorher anmachen. Ich frag, denk nur für'n Freund. Gut. Ähm. Gut, ich тобск. Ta!!! Auch am Ende mit kann ich den Clip schon! Den schenk Ich Falco heute Nacht! Einfach die fucking quebop geklaut! destru- Jeder hat mittlerweile von der Reise ins Amazonas mitbekommen und Sascha hat erfahren welche Tiere ihn erwarten. Iranias, Jaguars, Black Jaguar, and Anacondas. Chillig. They are very, very large Anacondas. And of course Candiru, the small catfish, which can swim inside of your dick. That's the most funny one. Ciao. Warte, da gibt's nen Fisch, der kann in deinen dick reinschwimmen? Hat der gerade gesagt, which can swim into your dick? Fisch, which can swim inside of your dick. Inside your dick? Der Fisch schwimmt in meinen Schwanz rein? Fuck, Digga, da will ich nicht hin. That's the most funny one. Ciao. Most funny one. Der spinnt, alter, der spinnt komplett. Der hat doch Bock drauf, der hat doch Bock drauf, oder? Der hat doch Bock gebeißmilch. Der hat doch Bock drauf. Ja, aber wie soll die Scheiße? Von wem hast du denn gesagt? Von Capri-Sonne. Hat sich die Scheiße hier ausgedacht. Zeig mir den mal, gib den. Ich raste komplett aus. Was? Digga. Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Wie, wie? Ich krieg das Ding da nicht rein. Ich krieg das Ding da nicht rein. Wie soll das denn mit diesem Plastik-Scheiß hier... Ja okay, der war jetzt nicht so funny. Hey, du musstest einfach nur in das Loch stecken, das dafür vorgegeben ist mit den Jungen. Ah! Die Konsequenz... So schwer ist es jetzt nicht. Mein Capri-Sonne-Eis ist in die Mülltonne gewandert. Allein wie die aufgebaut sind, dass die so lang sind. Wenn du die rausholst vor deinen Freunden oder vor Kindern... Hoch! Hoch! Dann kommt Used nach draußen. Doch 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 doch. Natürlich Tinder mit denen die.... Was schauen Vielleicht haben ihn mir mal etwas unterstellen'. Los Spiele ist doch ganz klar, dass das Luxemburg ist oder Niederlande. Kein Plan. Luxemburg und Niederlande haben ja viele Flagge. Okay, scheint Niederlande zu sein. Es hat lange gedauert, doch es geht wieder los. Ich hab nur die Farben gesehen, hab da jetzt gar nicht so genau hingeguckt. Ich hab jetzt immer auf die Position geguckt und da hab ich gar nicht mehr umwinken gesehen, die Farben. Lostness gespielt. Das wissen wir jetzt. Scheiße, ich hab mich nicht hingeguckt. Ich hab jetzt wieder in Ecuador. Ich hab nur aufs Land geachtet, hab mich gerade gefragt, ist das jetzt Rumänien, Kolumbien oder Algerien? Und dann kommt wieder Quintero. Und ich hab ihn, obwohl er eben gerade kam, hätte ich ihn nicht erkannt. Monte und Mr. Igel. Oh, ein Igel. Oh, wie süß. Am nächsten Tag. Oh, wie süß. Später am Abend. Oh, ist der Igel. So, das Video, was ihr da gerade gesehen habt, ist vom Igelhaus. Mittlerweile ist Mr. Igel eingezogen. Und hält wohl schon in Winterschlaf. Ja, kann man doch machen. Süß, 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 süß. So, ich geh jetzt mal kurz pissen und ich geb euch ein bisschen Mucke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, süß. Tschüss. 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 Vielen Dank.